Gabi's Rettung Du auch nicht? Cool, danke Okay Kinder, was machen wir zuerst? Zieh mal Dad, Wurfball Das mach ich am liebsten Kann ich das spielen? Ja, darf ich? Ich will zuerst Rennen fahren Okay, okay ihr zwei Donnie, dann spielst du zuerst Wurfball Wahnsinn! Und Doc, du begibst dich auf die Rennpiste Aber ich muss dich noch sehen können Okay Dad Du brauchst diese Chips, um spielen zu können Danke Dad, spielst du mit mir Wurfball und siehst du, wie ich werfe? Woo, yeah Ja, voll in die Mitte Ja, ja 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 Oh cool, der rasende Rennfahrer Ich übernehme die Gangschaltung Oh, oh, ich will aber auch mitspielen Du hilfst mir zu steuern Okay Leute, auf geht's Motoren an Drück auf die Tube, Doc Gib richtig Gas Oh, Doc, darf ich lenken? Ich zeig euch, wie ein Drache das macht Dirk 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 Moment, habt ihr das auch gerade gehört? Ja Es hörte sich an, als würde dich jemand rufen, Dirk Hm, aber Dad war's nicht Tanzen, tanzen Dirk, da drüben Vielleicht haben wir das gehört Los, Kinder, tanz zur Musik Los, Kinder, tanz zur Musik Kann sein, aber ich dachte, es hätte jemand meinen Namen gerufen Oh, aber deshalb können wir doch trotzdem tanzen Los, Tafi Los, Tafi 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 Nenn mich ruhig, Doc. Das sind meine Freunde Stuffy und Lemmy. Oh, Doc, wir sind so glücklich, dich hier zu sehen. Du kannst Spielzeuge reparieren und meine Freundin Gabi braucht dringend deine Hilfe. Hi, Gabi. Was hast du denn? Ein kleines Mädchen hat es geschafft, mich mit dem Greifarm zu fassen zu bekommen. Ich dachte, ich bekäme ein Zuhause, aber dann ließ der Arm mich fallen. Und ich hab mich verletzt. Seitdem interessiert sich niemand mehr für mich. Wer will schon ein kaputtes Kuscheltier? Bist du kaputt, will dich keiner mehr. Du bist und bleibst alleine. Oft kommen Kinder zu uns her. Aber mich mögen keine, wer perfekt ist, nie angeeckt ist. Hat es niemals schwer. Ein neues Heim wünsch ich mir sehr. Doch nein, bist du kaputt, will dich keiner mehr. Schon gut, Gabi. Ich werde alles versuchen, was ich kann, um dir zu helfen. Und dann nimmt dich irgendwann ein Kind mit nach Hause. Da bin ich mir ganz sicher. Wie kann ich dich nur da rauskriegen? Gabi, ich glaube, ich werde wohl spielen müssen. Aber Doc, das Spiel ist so schwierig. Unheimlich schwierig. Was ist, wenn du Gabi nicht zu fassen bekommst? Ärzte geben ihre Patienten nicht so einfach auf. Außerdem habe ich meistens Glück beim Spielen. Okay, wollen wir mal sehen. Nach links. Ein Stück rüber. Okay. Rüber, rüber, rüber. Und Stopp. Tut mir leid, Gabi. Ist dir was passiert? Es geht mir gut. Das wird schwieriger, als ich gedacht habe. Und ich habe nur noch zwei Chips. Oh nein. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich werde wohl mein Leben lang ein kaputtes Kuscheltier bleiben. Ich gebe auf keinen Fall auf, Gabi. Ich wünschte, ich käme da rein und könnte dich rausholen. Aber ich kann es nicht. Du nicht. Aber ich. Stuffy, bist du sicher, dass du das tun willst? Das wird bestimmt nicht leicht. Und wenn du da drin stecken bleibst, dann kriege ich dich vielleicht nie wieder da raus. Du hilfst ständig irgendwelchen Spielzeugen. Jetzt habe ich die Chance, dir zu helfen. Oh, kann ich mir das ausleihen? Natürlich. Dieser Drache ist ein Bergsteiger. Ja, Stuffy, du schaffst es. Schiff mal, der kann es. Das ist mein Drache. Bär, Gabi muss im Behälter irgendwie nach oben klettern, damit Stuffy sie packen und hochziehen kann. Oh, wird erledigt, Doc. Okay, Stuffy. Kommst du an sie ran? Ich kann sie fast greifen. Oh, nein. So ein Mist. Jetzt sitze ich auch mit hier drin. Okay, Stuffy. Ich werde euch beide da rausholen. Ich verspreche es. Ist das der letzte, den du hast, Doc? Richtig. Und dieses Mal muss es einfach klappen. Stuffy, ich bringe den Greifarm in deine Nähe. Du musst dich daran festhalten und gleichzeitig auch Gabi hochziehen. Und egal, was passiert. Lass auf keinen Fall los. Alles klar, Doc. Fertig? Fertig. Bereit? Bereit. Los. Ich habe ihn. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Halt dich fest, Stuffy. Halt dich fest. Geht euch das an. Das schafft es. Das schafft es. Ja. Ja. Ich bin unheimlich stolz auf dich, Stuffy. Das war so mutig. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Toll. Du bist ein echter Superheld. Das war eben ein typischer Drachenjob. Und du musst dir jetzt keine Sorgen mehr machen. Ich werde mich um dich kümmern. Sehen wir uns doch mal dein Wehwehchen an. Ja, da ist ein dicker Riss. Und du hast etwas Füllung verloren. Ich kann eine Diagnose stellen. Gabi, sieht aus, als hättest du Phyllodermitis. Phyllodermitis? Kann ich je wieder laufen, Doc? Nachdem ich dich genäht habe, wirst du die schnellste Giraffe der Stadt sein. Lemmy, es wäre gut, wenn du die Fäden zur Seite halten könntest, während ich Gabis Füllung wieder reindrücke. Super, das mache ich, Doc. Perfekt. Danke, Lemmy. Und jetzt zieh die Fäden wieder fest. Oh, aber nicht zu fest. Prima. So, Stuffy. Halt du bitte deinen Finger hier drauf und zieh ihn weg, wenn ich die Fäden verknotet habe. Alles wieder in Ordnung. Danke, Freunde. Okay, Gabi. Versuch mal aufzustehen. Es geht. Ich kann laufen. Ich kann laufen. Mir geht's besser. So viel besser. Danke, Doc. Du hilfst und mein WD-Schiff vergeht. Klar ist der Befund und schon bin ich gesund, wie ihr seht. Was mir jetzt besser, so viel besser geht. Wie kann ich euch jemals dafür danken? Vielleicht kommt bald ein Kind, nimmt mich mit nach Hause und will mit mir spielen. Ehrlich gesagt haben wir uns gerade gefragt, ob du nicht mit uns nach Hause gehen willst. Das, das, das meinst du wirklich ernst? Oh, danke, Doc. Ich bin die glücklichste Giraffe der Welt. Aber dann muss ich mich auch von meinen Freunden trennen. Macht ihr mal keine Sorgen um uns, Gabi. Wir werden dich vermissen, aber wir sitzen ja auch nicht ewig in diesem Behälter. Wiedersehen. Ich hab euch lieb. Wiedersehen. Doc! Hey, Doc, den hab ich gewonnen. Wow, cool, ein Flummi-Ball. Hey, hast du die Giraffe gewonnen? Na klar. In dem Behälter da vorne gibt's ne Menge tolle Kuscheltiere. Oh, ja, stimmt. Komm, lass uns ja spielen. So, Kinder, ich denke, für heute hatten wir hier wirklich genug Aufregung. Gehen wir. Wow, ich hab ihn gewonnen. Cool, ich will's auch versuchen. Kommst du, Doc? Ja, wartet. Schau, Doc McStuffins im Disney Channel. Schau Doc McStuffins im Disney Channel. Da vache. Und da, wenn ich's sehe. Du bist auch nicht. Was ver Emmy spielt. Buy auf Turnof of морチャンネル. Wie bei mir ist es euch für das국ً two Cambridge aufgebaut. Ein정 пока. Undаны? ó Bitосто. Bis zum nächsten Mal.